Norddeutscher Rundfunk Hier ist die Anfahrt vorm Flughafen Wir sind jetzt Terminal 3 Unser Auto von Europcar haben wir im zweiten Untergeschoss abgegeben Jetzt warten wir noch Hier ist der Flughafen von innen an Starbucks Es gibt ein Burger King Da werden wir dann noch lecker einen Burger essen Matthias, was machen wir bei Burger King? Essen wir dann noch lecker einen Burger, oder? Wenn wir ihn finden sollten, ja Aber im Moment stehen wir immer noch am Starbucks Und warten Dass der Check-In-Schalter aufmacht Die Uhr tickt Matthias, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt hier in Malaga am Flughafen Und stehen hier direkt vor dem tollen Starbucks Wo man ganz ganz leckere Kaffeespezialitäten und Teespezialitäten Und super extrem kalorienreiche Torten zu sich nehmen kann Matthias, haben Sie ein paar Pfund zugenommen Jetzt in den 10 Tagen? Geht's noch? Können wir noch einbringen? Der zeigt sich ja nicht Der hat drei Pfund auf jeder Seite zugenommen Hier sehen Sie den Flughafen Die ganzen Check-In-Schalter Wir sind jetzt im T3 Terminal 3 heißt es Und da nur die Air Berlin einchecken Und man darf immer nur zwei Stunden vorher da sein Wir sind jetzt natürlich zweieinhalb Stunden vorher da Hatten schon Web-Checking gemacht Und müssen aber jetzt trotzdem warten Bis zwei Stunden vorher, bis hier Stuttgart dann erscheint Und dann kommen wir zum Web-Check-In-Schalter Und können einfach unsere Bordkarten abgeben Einfach entspannen und die Seele bauen lassen Begnießen Sie Ihren Traumurlaub Zum Beispiel in einem Rio-Hotel Einem Robinson-Club Oder auf einer traumhaften Kreuzfahrt Mehr als 5 Millionen Top-Angebote Jetzt in Ihrem zuverlässigen TUI Travel Star Reisebüro Fella in Hammelburg Im E-Center und unter fella.de